Auf ins Siegel, Leute! Zurück bei Donkey Kong 64. Ich mag dich nicht so. Bam. 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 Das hört mich aus einfach. Upsala. Weg da, Fetty. Hab ja gesagt, das ist einfach... Ich wollte mir nicht glauben. Nimm die... Hä? Ach komm. Don't, don't keep. Wir nähern uns langsam der Veränderung der Welt. Ich hoffe, das schaffe ich in dieser Aufnahmesession. Jetzt wäre nämlich über Sky. Oh, Nummer 2. Leute, warum spawnst du so schnell? Warte, und so ist abgenommen. Geh, Fotografien. Mit übersensiblen Controller. Felsag ist wieder hier. Sprungreichheit ist auf die Fresse. Er hat mich nicht getroffen. Haha, Noobie. Du Noob. Sei mal ruhig. Ich will hier die Fee fotografieren. Sie ist es da, das Fotoshootings hier. Ey, die habe ich jetzt doch gehabt, echt. Ah, wieso spawnt er so schnell? Oh Mann, du kriegst mich schwebelst auf, Junge. Chill mal. So. Junge, habe ich das bald mit der Bananenfelgen gemacht, ey. Arrivederci. Hier fehlen auch nur noch 5 Bananas. Und eine Banane. Aber ich weiß, wo die sein könnte. Jetzt nur noch mit, Junkie. Ich glaube, Junkie wäre noch einmal... Ach, verdammt. Junkie. Wo ist die... Wie heißt das nochmal? Triangel? Heißt das Triangel? Ich bin nicht so der Musik... Also, ich höre auch gerne Musik, aber... Mit dem Instrumenten kenne ich mich jetzt nicht aus. Und Junkies Wasserkurs wie das Tor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wie ist das hart. Ich muss den Kerl sicher vor dem Frauen beschützen. Weg. Lass ihn in Ruhe. Oh, weg da. Oh. Nein. Geh weg. Was namens Kerl in Ruhe. Oh, oh. Oh, oh. Als Gott am TNT fast angemahnt. Weck da. Und geschafft. Geschafft. Ich kann nicht mehr passieren. Du bist frei. Ups. Danke, Junkie. Mach dir keine Sorgen mehr. Ich bin okay. Geh weg. Ich geh mir in die Banane. Aber voll hart. Ist einfach heiß. Oh, oh. Und da im TNT-Poss. Ist halt irgendwas von Konkos. Konkabett Verde. Die da. Die da. Okay. Komm. Die sind wir auch schon fertig, wenn du die Brauchpasser hast. Die hat, der hat die Brauchpasser schon. Weil da war auch nur noch 10 Bananas. Ich habe ein Problem. Ich weiß, wir sind schon fertig, aber ich brauche noch etwas von mir. Ich habe die Brauchpasser noch nicht aktiviert. Ich kann die Brauchpasser gar nicht brauchen. Doch, Nummer 2. Das ist ja gar keine Nummer 2. Verdammt. Ich wurde reingelegt. Eher Schweine. Wo ist die Brauchpasser noch mal 3, dass ich die Brauchpasser aktiviert habe. Das brauche ich noch mal 2, wenn ich bin. Nicht Deutsch. Ich sei so. Oh. Biene. Ich brauche Donkey 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 Donkey. Ich brauche noch seine letzte Banane. ich nehme ich hier drin so was war das okay ich hab nichts gesagt ich weiß dass ich immer noch kristall kopf war ich was das ist in dem haus ich weiß nicht mehr wo ich noch lang muss ich wohl nicht so rein hier als damals geschafft das weiß ich nicht mehr ich weiß es nicht mehr ich mache es einfach doch ich weiß es nicht manches ballon manches letzter ballon ich glaube ich werde es hat sich mit okay ich will jetzt nicht besseres zu tun besser denn verdammt ich komme nicht dran aber zuerst die piene ich kann bitte nicht leiden ich muss noch weiter vor jetzt weiter jetzt java jank ist fertig janky janky man stellt sich immer noch eine frage was soll ist die letzte banane für donk jetzt hätte wo ist die letzte banane für donk Okay... Pfff... Das kackt mich grad... grad wieder an, nicht, wenn es nur die letzte Banane ist. Hm... Vielleicht die Hähnchen? Weiche Hähnchen? Vergesst den hier lang. Fucke, Juhu! Yaka... Wollte ich sagen, jetzt komm ich nicht mehr rauf. Tiny... Gutes Mädchen. Ich wollt genau hier... Hier wollte ich hin. Auch ein Bindesuit findet mal ein Chor. Ah... Und los geht's. Ich muss ja nicht hier durch. Und war ich hier schon? Es wird mir... Ne, sagen wir jetzt nicht, dass es ist. Eben... Hä? Hier ist es... Hä? Ach... Ne, Bonusfass. Ich hab so schnell der Hintergrund mit den Bonusfässer. Ich fahre mit dem Bonusfass. Ja, ja... Vielleicht ist es leichter. Ne, ne, ist es nicht. Wie? Wie? Ja, man hätte mich doch nicht ganz, gar nicht schneller machen. So... Wieder nix. So... Hey, das ist so assig gemacht. Das kann man kaum schaffen. Toll. 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 Ach, komm, weg. Ich dachte, das Spiel ist Kacke. Noch zwei. Becken eins haben wir es nicht geschafft. Aber achten, weil ich dir das einfach drauf geschossen hab. Ist ja gut. So. Boah. 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 Boah, hab ich gut gehabt. Boah, hab ich Junkie getroffen. Sorry, Junkie. Kaum hören. O nein. Junkie. Ich triefe den Kacke einfach nicht. Ich reagiere so schnell wie ich kann. SWE M después. Shbuster. Auf. Tab iscry. Ich kriege die weg. Ich kann aber auch chefe die weg hauschen. Wenn sich die weg die weg alle senassen hab, ist das M Howard. Willkommen zum Bonus-Ding! das ist so und ja ich gehe auf schiessen und so hey noch zwei noch zwei noch zwei noch zwei noch zwei ach komm Komm schon! Weg mich doch, ey. Letzter Versuch für diese Runde. Dann ist der Part schon fertig. So. Ich bin jetzt schnell ruhig, da ich das schaffen will. Noch zwei. Ich hab auch so einen Trick raus. Denkst du, ich hab einen Trick raus? Ja, hab ich wirklich. Okay, das sieht aus wie es geschafft. Ich muss einfach drauf schießen, wenn ich schon ziele. Ah, Tiny ist auch fertig. Ah, schön, schöne Sache. Die hat alle 100 Bananen. Die Blaupassen müssen wir noch abgeben. Part Nummer 3. Wir sehen uns in der nächsten Part, Leute. Bis dahin, tschüss.